willkommen bei einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir im torsten auf dem zwei socken account war ja schon angedroht aber wie es im videotitel auch steht so viele views das seht ihr da da oben ich habe euch das mal eingeblendet wie ich das immer bei mir im dashboard sehe also über eine million aufrufe auf meine videos das ist echt super und das ist ja euer verdienst nicht mein verdienst ihr habt die dinge ja geschaut und vielen lieben dank noch mal auch an die die am samstag im live stream waren der war ja auch ein bisschen er war mal ein bisschen verlängert und wer nicht gesehen hat da oben in der infokarte haue ich euch den noch mal rein könnt ihr noch mal schauen könnt ihr mal gucken wie ich live agiere die dies nicht gesehen haben es gibt ja auch viele die dann am samstagabend was anderes zu tun haben aber wir wollen heute auf den socken und ihr seht das wenn ich diese augen auf habe dann bin ich auf dem tablet nicht auf dem tablet auf dem handy und ich kann heute endlich mal mit dem zwei socken hier im klarkrieg angreifen aber erst mal müssen wir die barge armee hier vor ballern ja nicht ganz bad es ist nicht ganz bad sondern es ist ja so ein bisschen wo der ist der ist gleich mal gar nicht schlecht es ist ja so ein bisschen bogies hier und ohne bogies und ich glaube ich habe ein paar was habe ich denn noch in der klanburg ok das ist so dass es steht das ist nicht so gut aber mal sehen ob wir da nicht trotzdem was mit reißen der hat ja wirklich alles alles hier außen mal sehen ob er klanburg hat er hat keine klanburg okay dann können wir hier auch ein reingehen würde ich mal so sagen mit ein paar unserer truppen der mienwerfer schießt erstmal gar nicht das ist natürlich nicht schlecht dass der uns schon mal nicht so weh tut und die klanburg ziehe ich jetzt aber mal raus mal sehen ob der blitz hier auf den mienwerfer schon reicht der reicht leider nicht okay der reicht leider nicht dann ist es immer ein bisschen schwierig für die ganzen vielen bogies hier ich setze sie mal jetzt so ein bisschen bisschen verteilt hier rechts links rechts links rechts links also klappt das so klappt das so dass wir den loot hier auf jeden fall mitnehmen und der mienwerfer sich vor allen dingen immer wieder drehen muss jetzt haben wir noch 77 truppen die gehen nach dahin 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 das haben wir ganz gut genommen also das klappt schon mal ich nehme heute auch mal ein bisschen anders auf denn das hat das hat mir in letzter zeit nicht mehr so gefallen dass ich so viel so viel zeit vor allen dingen bei den videoschneidereien hier verbracht habe mit was auch immer jetzt haben wir den doch zu 100 prozent gemacht mit was auch immer und deswegen habe ich mir mal überlegt du nimmst das mal jetzt ein bisschen anders auf mal sehen ob euch das format gefällt und ob es euch überhaupt auffällt was sich unter umständen verändert hat das ist jetzt erstmal pilot aber wir haben jetzt gleich unsere ck im staat und ich muss jetzt nur passende truppen gleich bekommen für für meine clan burg ich muss mal eben schauen was wir für eine base machen müssen wir müssen hier den letzten machen den habe ich mir auch gefleckt schauen wir mal rein was war da haben okay das ist der ist so ganz ganz ähnlich wie ich aber der hat nur eine kleine kleine luftabwehr und wenn wir die sicherlich weg machen dann haben wir hier hinten ein bogenschützenturm da haben wir ein ja das kriegen wir in jedem fall hin ich glaube wir können ich weiß natürlich nicht was an der klaren buch hat deswegen nehme ich eigentlich nicht nur ganz gerne nämlich jetzt ich glaube ich glaube wir machen das mal anders wir machen das mal anders wir nehmen mal uns mit und ja lohnt wir nehmen mal nur uns mit denn wir haben so ein paar wir haben ein paar magier dabei und wir haben eine ganze masse riesen ich habe das gefühl es sind ein bisschen zu viele riesen ich glaube ich nehme mal noch ich nehme mal noch ein paar von den bogenschützen hier mit 20 stück dann immer mal hier ein paar riesen weniger ich glaube das ist so so ist das besser 19 ok 18 kommen dann noch nach 22 135 können wir ja nehmen dann immer glaube ich doch noch mal drei riesen bei also kurzer ecke ich habe jetzt schon drei loons und dann sehen wir uns gleich wieder wenn wir den leipzig kammern so meine truppen sind fertig und ich denke mal dann hauen auch rein hier in sack also wenn ich wenn ich sage wie hauen mal rein in sack ich habe immer ein problem wenn der gegner also bei den kleinen rathausern eine walküre in der clan burg hat dann tue ich mich unheimlich schwer die weg zu bekommen mit meinen truppen dann kommt wir gehen einmal noch auf scout ich hoffe das macht ihr auch immer ihr checkt dann auch immer wenn er dann auf attack geht das auch wirklich alles grün ist also truppen sind grün zauber ist grün und auch die loons in grün also klar wir haben noch keine helden hier noch gar nichts also gehen wir jetzt einfach mal rein mit dem zwei socken erster ck mit dem zwei socken hier mal sehen was er in der clan burg drin hat okay da ist ein baby drache ein magier und ein bogie hat das hatte ich ja eben auch noch drin die kriegen aber irgendwie eliminiert glaube ich ich muss man nur sehen wo wir das am unfall feist machen können ich denke mal das können wir hier machen ich habe jetzt keine chance hier mit den loons irgend irgendetwas zu reißen das macht aber nichts wir nehmen hier schon mal magier und nehmen jetzt mal riesen so dann muss ich der der kollege hier nämlich so ein bisschen drehen und 12 magier noch dazu na komm 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 ich glaube blitz nützt da nicht nicht wirklich was und ihr seht wie viele wie viele magier ich hier für diesen max baby drachen brauche aber ich habe ich habe noch ein bisschen was für meine und deswegen gehen wir hier mit denen hier vor einmal 123 kommen wir da noch rein ja wir brauchen wir müssen in jedem fall irgendwo die luftabwehr jetzt packen damit wir mit den loons ein bisschen weiter rein kommen und den können wir glaube ich den machen machen wir noch mal weg hier und dann ist das auch gewesen mit der base hier also so schwer war es jetzt nicht okay so schwer war es jetzt nicht also das haben wir gerockt hier die habe ich jetzt noch ein bisschen führen für ein clean up und das ist auf jeden fall sind das die ersten sterne hier ich glaube es sind die ersten sterne ich weiß es nicht mehr ganz genau ich war jetzt schon ein paar tage nicht mehr auf dem account drauf aber ich hatte ja gestern versprochen dass ich heute diese folge bringen dass man mal wieder auf dem zwei socken sind und ich glaube das ist auch absolut in ordnung dass wir mal wieder hier auf diesem dorf so ein bisschen was sehen mal sehen ja das sieht ganz gut aus passt so passt so ich kann jetzt leider nicht vorspulen ist halt ein live angriff aber ich glaube ist ganz ist ganz gut ist ganz gut so wie es wie es gekommen ist und ich sehe aber gerade was ich hier noch umstellen muss das mache ich jetzt auch mal gerade wir trainieren schon mal wir trainieren die exakte truppe mal nach ich habe schon eine wieder in der pipe also kurzer cut und dann sehen wir uns gleich wieder so freunde ich habe noch mal ein bisschen das ganze versucht zu optimieren ist aber schon wie soll ich sagen es ist ganz schön schwierig ich habe jetzt mal wirklich alle filter rausgenommen und ich habe jetzt eben gemerkt dass die farben hier überhaupt nicht eins zu eins rüberkommen in diesem game hier bei brust ist mir das noch nicht aufgefallen ich glaube da ist das auch gar nicht so stark aber hier ist er schon ziemlich stark und ich habe das mal ein bisschen versucht anzupassen also die morgen sind eigentlich viel viel goldener als ihr das jetzt gerade seht aber wo der unterschied noch krasser ist das ist eigentlich dann im live ck oder überhaupt in diesem live bildschirm hier geht es noch hier ist die farbe noch relativ normal will ich mal so sagen aber wenn ich dann hier in das dorf gehe und einmal das ding hier begutachte dann ist das doch ein bisschen zu viel grün hier also das ist viel viel brauner hier eigentlich der der boden hier geht das noch wieder aber hier dieses hier das ist eigentlich ihr seht dass ich das ist einfach grün naja egal ich muss ich muss da jetzt durch wir nehmen den mal mit wir haben wieder alles dabei grün 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 dann haben wir mal rein hier in den zweiten angriff sonst wäre nie fertig also ich habe das jetzt echt lange optimiert hier und gucken wir mal ob da wieder die gleiche kombi rauskommt da kommt wieder die gleiche kombi raus okay dann loggen wir die mal hier hinten hin da haben wir erst mal keinen beschuss und das was ich eigentlich machen kann das ist ganz witzig ich kann mal versuchen hier die beiden bodentruppen kann man dem blitzen hier den drachen also ein bisschen also ein bisschen kriegt man zweck okay den einen bogey habe ich dabei nicht wegbekommen dann machen wir das mal so und dann postieren wir dann mag ja so glaube ich ist das ganz gut und jetzt muss nun mal wieder der der baby drache von kaum kommt voll baby drache dann kann ich hier schon mal reingehen mit meinen mit meinen riesen hier und wo laufen die denn alle hin ja 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 meine mauerbrecher verrecken da ja 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 meine mauerbrecher sterben da alle okay jetzt muss die luftabwehr da auf jeden fall weggehen das wäre ganz nett wenn die das jetzt packen würden und jetzt muss ich mal gucken wie ich eigentlich weiter vorgehe ich denke mal schicken wir eben zwei uns dahin und die uns nach dorthin weil meine los überleben da überhaupt nicht dass die können gar nichts ab die können mal so richtig nichts ab und jetzt kann ich ja hier aber auch an der stelle noch nicht mit dem clean up mitmachen der magier ton baller da noch und noch eine luftbombe okay aber die gehen jetzt schon mal nach da rein das ist schon mal nicht schlecht dann kann ich hier noch mal für clean up sorgen packen die das da ja die packen das da ich darf auf jeden fall jetzt überhaupt kein magier mehr verlieren hier das wäre ganz gut wenn ich echt keinen mehr verliere jawohl und dann kann ich jetzt einen noch da setzen und einen noch hier hinten setzen alles klar clean up okay also so geht auch noch so eine base gerade so also das war jetzt schon grenzwertig muss ich sagen aber trotzdem ganz gut gerockt hier und war ganz nett ich kann das auch das kann ich nicht vorspulen aber ist nicht so schlimm ich wollte in der heutigen folge sowieso so ein bisschen eigentlich auf die sache mit dem vielen vielen views noch mal aufmerksam machen also einfach einfach mal sagen dass das jetzt echt schon so viele sind und ich kriege das manchmal auch noch am rande mit ich habe ich von irgendeinem ding habe ich eine e mail gekriegt tut du hast die millionen views gepackt und den haben wir auch gepackt jetzt kann uschi ein bisschen höher gehen mit ihren angriffen also hier auch noch mal drei sterne also die ersten die ersten sechs sterne hier für den account hier die trennen wir gleich noch mal nach ich habe ich schon ich habe hier noch so ein bisschen über die trennen wir hier gleich noch mal nach und waren das jetzt eigentlich die ersten sechs sterne für uschi es war nicht für uschi für zwei socken es waren die ersten sechs sterne das ist sehr sehr nice und sieht aber ganz gut aus aktuell hier der gegner ist auch nicht schlecht ich werde angegriffen hat die die def gucke ich mir an mal gucken ich habe ja eine richtige base mit dem zwei socken hier ist mir habe ich glaube ich im stream gezeigt gehabt dass das dass der mal eine richtige base hat ja die kann ich natürlich ruhig zeigen das kein thema aber der kollege hier quält sich ganz schön mit den mit meinen klaren buch truppen okay meine klaren buch ist natürlich auch lockbar in dem rathausstufen ist es locker jetzt versucht er wahrscheinlich die luftabwehr da weg zu kriegen ich gehe mal davon aus dass da auch lunds drin hat bei sich in der klaren burg und guck mal wie er hier jetzt vorgeht mit den riesen okay da unten ist allerdings keine falle meine fallen sitzen hier in der mitte also hier am rathaus in dieser in dieser lücke und aber mal gucken mal gucken mal gucken mal sehen was hat er denn da gemacht scheiße habt ihr das gesehen oder habe ich eine lücke ach scheiße ich habe dann loch da hat er da die schweinereiter eingesetzt so ein mist das loch muss ich stopfen aber das ist mir überhaupt nicht aufgefallen an der stelle jetzt packt er mich ja doch das ist mir echt nicht aufgefallen da muss ich echt das kann ich das kann jetzt nicht wahr sein oder da muss ich jetzt wirklich mal rein gucken ist mir das denn echt nicht aufgefallen dass ich da nehmen dass ich da jetzt ein loch habe dadurch dass ich da zwei ihr seht dass da habe ich zwei sprungen fallen wenn ich ein scout view mache dann kann er die da eigentlich nicht setzen oder hat er die doch woanders gesetzt und ich habe es nicht gesehen kann auch sein also ich habe jedoch kein loch und scout view sagt ich habe hier nirgendwo ein loch das passt so und hier ist auch kein loch hier ist auch kein loch also er muss die schweinereiter doch von irgendwo gesetzt haben wo ich das jetzt eben nicht gesehen habe naja gut hat er mich ja da mich doch geschafft naja sei es ist egal ich hoffe die kleine aber feine folge hier vom zwei socken hat euch ganz gut gefallen auch mit diesem farben ich weiß noch nicht ob ich das abstellen kann aber unter umständen nehme ich dann halt clash of clans nicht mehr mit dem handy auf sondern eher mit dem tablet oder pc ich würde sagen bis dahin diese woche euer tuto clasht